Hallo und willkommen zurück bei Du. Drücke E. Gute Ruhe. Wir sind gefährlich hoch. Achtung ist abgeschlossen. Na komm schon, stirb! Du hässlicher! Bastard! Was? Auch noch solche? Okay. Die Wolves auf die harte Tour können sie haben. Na komm, stirb! Du hässlicher Bastard! Und jetzt du auch! Frisch dein eigenes Herz! So gestorben wird immer! Also los, 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 los! Und hab! Vierfach Schaden! So! Und hab! Wo ist der nächste Arschloch, hä? Komm raus, komm raus! Wo immer Du bist! Level 1! So! Besonders krepiert! Na, stirb! Na, 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 na! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr, kleinen Pisspatte? Das ist doch noch nicht alles, was ihr drauf habt, oder? So! Kommt her, kommt her! Wo seid ihr? Okay, das war ja einfach. Gut, haben wir hier auf diesem Stockwerk irgendetwas Besonderes? Ah, da oben. Aber das ist nur Rüstung. Hier auch. Gut. Undere Sites. Und hab! Sagen wir, wie hier schön ist. Okay. Was brachte mir das? Hm. Komm runter, komm runter. Und jetzt hoch mit dir. Die Energiesignatur des Akkumulators zeigt, dass er sich der Spitze der Argent-Einrichtung nähert. Wenn sie den Akkumulator in der Nähe des Argent-Strahls zerstört, könnte sie ein Tor in deren Welt schaffen, das wir niemals schließen können. Okay, dann gehen wir rauf und halten sie auf. Okay, was ist das? Okay. 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 Kommt her. Hallo. Okay. 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 so gewohnt mit schiff zu zu rennen dass es ungewohnt ist hier stehen zu und 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 Nächster bitte, nächster bitte. Nächster bitte, nächster bitte, nächster bitte. Nächster bitte, nächster bitte. Na komm, stirb! Nächster bitte, nächster bitte. Bastard! Nächster bitte. Nächster bitte, nächster bitte. Nächster bitte. Nächster bitte. Unverwundbar. Vorerst. Das ist mal interessant. Gut, wo müssen wir hin? Nächster bitte. 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 Verdammt, wir kommen nicht mehr zurück. Der Weg nach unten ist versperrt. Gut, dann müssen wir nach oben. Okay, mal sehen. Ah, verstehe. Verstehe, verstehe. Okay. Gut, dann hat eben so. Blöder Turm. So, es fehlen nur noch 21. Nur noch 19. So gut, also gut. Ah, verstehe. Puh, dann Bio. Oh, oh, oh. So, okay, nur noch elf. Okay, nur noch zehn. Verdammt, nur noch wenig Munition. Wie kommen wir dort rüber? Okay, so einfach ist es nicht, darüber zu kommen. Aber irgendwie werden wir es schaffen. Nur noch drei. Au. Wir kommen erst weg. Und bin tot. Ja, ja, ja. Kein Grund zur Sorge, wir schaffen das. So, noch zwei. Eins. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Verdammt. Ich sollte nicht übermütig werden. Also gut, sehen wir mal. Was haben wir hier? Taktisches. Verwöste Protonen beim Zoom und abgefeuerte, verwenden Explosions. Hm, die schwere Schatten verursachen. Sehr gut. Betäubungsmodus, oder? Ja, nehmen wir das. Hm. Ja, nehmen wir das. Hm. Gut, gut. 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 Ja, verteilen wir einmal ein bisschen Punkte. Gut. 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 Das war's für heute. Okay, sollen sie noch fragen? Komm her! Okay, auch du bist tot. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie wir da weiterkommen. Okay, sehr gut. Was ist das? Ah, ich habe es gesehen. Okay, gut. Drei, zwei, in eins und go! Gut, jetzt drücke ihr Bruneprüfung. Schalten Sie mit Kampfschrottflinter Schalten, schalte mit der Kampfschrottflinter über Explosionsfässer 10-Zomblis aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Hmm. Okay, Neustart. Gut. Gut. Okay, geschafft! Hört die Effektivität von Ausrüstungsgegenständen. Okay, gut. Und weiter. Ah, sehr gut. Was haben wir? Ansauen, zwei, verbessern. Ah, verbessert er, hört die Entfernung. Das ist gut. Was haben wir? Verlänger die Übernommenheit von Dämonen. Tod von oben, Glory. Interessiert. Munitionsboost. Erhört die Menge der Munition, die du im Gegenschein findest. Hmm. Das sollte gut gehen. Also gut. Tatenbank, Megaheilung. Ähm, was bedeutet das? Hmm. Egal, was auch immer das bedeutet. Ich besitze es und siehe nicht. Okay, und siehe. Ah, hallo mein Freund. Dankeschön. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Mhm. Mhm. Was ist das? Was sind diese Stromzeugs? Hm. Keine Ahnung. Verdammt. Oh. So war das nicht geplant. Okay, da geht's nicht weiter. Also gehen wir hier. Ja, es geht nirgends weiter. Mhm. Hologramm. Aha. Sehr nett. Okay. Klopfen bei der UFC. Wir öffnen mit dem Schlüssel der Zukunft die Tore der Hölle. Sehr schön, sehr schön. Okay, maximal. Hm. Nett, nett. Ja, aber sie will keine Chance haben. Das ist nicht das Ende. Das ist erst der Anfang. Ja, aber sie will... Nein. complexities. Na los, 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 los und töten. Okay, verdammt. Okay, verdammte Scheiße. Okay, gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.